Leute, hier ist wieder eine neue Folge Viertelstunde Fußball. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, egal ob über Spotify oder Apple Podcast oder über YouTube. Es gibt einiges zu besprechen nach einer Woche mit drei Auswärtsniederlagen, Kevin. Madrid, Augsburg, Wolfsburg. Wir gehen mal ins Detail, es wird brisant. Hast du noch ein Thema, über das wir reden müssen? Du hast wieder nichts vorbereitet, ne? Nein, habe ich nicht vorbereitet. Gar nichts, ne? Das ist egal, wir starten die Folge. Viertelstunde Fußball, der Podcast mit Kevin Großkreuz und Korniküpper. Euer wöchentlicher Audiosnack für Zwischendurch. Leute, es ist Halloween. Wow, sehr schön. Was hast du geplant? Als was verkleidest du dich? Bist du schon auf Partys eingeladen? Nein. Nein? Training und dann fahre ich schön nach Hause, schaue mir Netflix an. Klingelst bei den Nachbarn und schnorrst ein bisschen Süßigkeiten. Für meine Kinder, aber ich bin heute nirgendwo. Auf Training, Sport spreche ich und fertig. Wahnsinn, Wahnsinn. Das heißt, du guckst hier noch Halloween-Filme auf Netflix oder so? Nein. Einfach gar nichts? Gar nichts. Findet in deiner Welt nicht statt? Heute nicht. Heute nicht, okay. Wie komme ich jetzt von Halloween auf Jürgen Klopp? Das ist die spannende Frage. Kevin, hast du mitbekommen, dass ich Jürgen Klopp im Podcast bei den Großbrüdern war? Das habe ich kurz mitbekommen, ja. Also ich habe ihn da nicht reingehört. Muss auch nicht unbedingt. Okay, danke. Nein. Für die Leute, die schon reingehört haben, das war auf jeden Fall eine spannende Folge. Ich finde, um dir das mal ganz kurz mitzuteilen, wenn du es nicht kennst, er ist relativ schnell in die Rolle des RB-Markenbotschafters geschlüpft. Und also keine Sätze, die man jetzt nicht erwartet hätte. Er sagt halt, RB ist die Zukunft des Fußballs, dieses Modell. Und ja, halt alle Sätze und Dinge, die man halt kennt und die man halt auch von einem Red Bull-Mitarbeiter so erwartet. Das ist halt die Entwicklung von Jürgen Klopp. Eine Sache ist mir aber aufgefallen. Ja. Es ging dieses Spruchband rum bei den Mainzern. Alles, was wir dich haben werden lassen, hast du vergessen? Fragezeichen. Und da hat Kloppo jetzt im Podcast darauf reagiert und hat gesagt, ja, die sind alle so Mitte 20, die Leute da in der Kurve. Und die wissen gar nicht, wie die Zeit früher war. Und da habe ich mir gedacht, Kloppo, das stimmt doch nicht. Also Kloppo weiß auch, dass die Leute in der organisierten Fanszene, die sind nicht nur Mitte 20, da sind auch welche in den 30ern, in den 40ern und wo auch immer. Ja, das war irgendwie merkwürdig. Hör mal rein. Oh, Mois. Das machst du, ne? Okay, Mois. Samstag. Samstag, sehr schön. Nach dem Spiel. Wenn du Zeit hast. Ich glaube, man liebt sich. Ja. Kevin, erstmal, Leute, Dankeschön für all das Feedback aus der letzten Woche. Es haben viele Leute geschrieben und da haben gesagt, endlich spricht es mal einer aus. Wobei eigentlich, wir sind ja jetzt nicht dafür da, um hier die knallharten Themen auf den Tisch zu legen, aber wir reden über unsere Gefühlswelt. Ja, kann man so sagen. Und da wollte ich dich fragen, wie ist sie gerade so bei dir? Ja, wir sind ausgeschieden. Wie soll das sein? Nicht so gut. Wie hast du das erlebt? Ich habe gesehen, du warst in Wolfsburg. Ich war in Wolfsburg. Du bist ja hingefahren. Was war das? Du bist im Bus gefahren? Ich bin im Bus gefahren. Aber was war das für ein Bus? Ja, im Bus bin ich. Nein, nein, sag doch mal, was war das für ein Bus? Ein BVB-Bus. Ein BVB-Bus. Ja. Was waren das für Menschen? Und was waren irgendwelche... Kollegen, VIPs auch. Und ich war auch da. Du bist beides, Kollege und VIP. Ich bin alles. Und ja, wir haben uns bei mir im Laden getroffen, haben gefrühstückt und das ein oder andere Bier schon getrunken. Wer denn? Mit allem Mann, oder was? Ja, klar. Der ganze Bus? Ja, klar. Hast du eingeladen? Ja. Ja, und da sind wir um 13 Uhr losgefahren und dann waren wir irgendwann in Wolfsburg. Und hab schon ein paar drin gehabt. Aber nur ein paar. So, und dann... Und dann war es... Bevor wir jetzt über das Spiel und über die aktuelle Lage bei Borussia Dortmund sprechen, hab ich zahlreiche Nachrichten bekommen. Ja. Auf unserem Instagram-Account von Viertelstunde Fußball. Kevin war auf dem Zaun. Kevin ist auf dem Zaun. Da gibt es auch jemand drauf angesprochen. Und warst du es? Ich war es nicht. Wie? Ich war nicht auf dem Zaun. Aber die Bilder belegen es doch. Ja, das bin ich nicht, Mann. Echt jetzt oder was? Der ganze andere Jacke auf an. Ich bin das nicht. Okay. Aber so schnell geht's, ne? So schnell geht's. Zeig, Kevin. Ich glaube, sogar bei Sky wurde es auch erwähnt. Ehrlich? Dass Kevin Großkreuz gerade auf dem Zaun war, womöglich. Also die haben sich nicht festgelegt. Okay, ich war nicht auf dem Zaun. Bist du sicher? Bierstand. Ich war höchstens am Bierstand. Am Bierstand. Wir haben ja auch schon Spiele erlebt, wo du dann nicht mehr genau wusstest, was passiert. Kann das... Hundertprozentig war ich nicht auf dem Zaun. Okay. Aber du warst halt nicht. Und wo warst du denn? Ja, ich war immer am Bierstand. Ja. Okay. Ja. Ihr merkt schon, er ist in Redelaune. Ja, ich war aber nicht auf dem Zaun. Fertig. Okay. Punkt. Verbucht. Ja. Wie hast du denn als Fan am Bierstand, da gibt's ja auch manchmal Monitore, wo man das Spiel verfolgen kann. Kann man das? Ich bin mir relativ sicher. Wie hast du das alles erlebt? Ich glaube schon, dass man jetzt nicht so ganz schlecht gespielt hat, oder? Findest du das? Ja, aber war jetzt schon, ja, die hatten jetzt auch nicht viel, oder, Wolfsburg, wenn ich so dran zu... Würde ich mich so ein bisschen dran erinnern, oder? Also... Oder habe ich das Spiel wieder nicht so richtig gesehen? Nein, 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 nein. Aber wenn ich... Nein, also selbst wenn... Ich tue... Ich weiß nur noch die Schwangerschaft vom Bayer, das war die noch, aber dann war bei mir wieder schwierig ein bisschen. Dann war wieder schwarz. Und dann habe ich das 1-0 für Wolfsburg noch gesehen und dann war Ende und dann war ich morgens um halb sechs zu Hause. In halb sechs warst du zu Hause? Ja. Äh, Trikotfarbe im Übrigen, Leute, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Wie war es bei dir auf der Tribune? Die haben einfach hellgrün gegen gelb. Achso, ja. Äh, ich hab mir gedacht, kann man das nicht anders lösen? Äh, Timon, schon anders lösen. Gerade du, gerade du mit, äh, vier... Deswegen hab ich... War... Deswegen hast du... Aber du warst super, pass hab ich mich schon mal gar nicht. War gar nicht für uns der Pass, ey. Aber... Achso. Kevin hat gejubelt in der 170. Naja, das hab ich nicht, aber... Weil er dachte... Nee, 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 aber deswegen hab ich öfter mal gesagt, geiler Pass, aber war gar nicht. War das zum Gegner? Nee, nee, das war zum Gegner. Ähm, ja. Also, es ist halt gerade... Also, man muss ja jetzt kurz ernster werden. Es ist ja eine krasse Situation gerade, in der sich Borussia Dortmund befindet. Es ist wieder Krise. Nach langer Zeit ist die Krise zurück bei Borussia Dortmund. Und ich tue mich jetzt extrem schwer. Nuri Schrein hat ja auch diese Aussagen getätigt nach Abpfiff. Er hat gesagt, es war ein Schritt nach vorne, Leistungstechnik, wir haben gut gespielt. Bayern muss die Chance machen. Aber ich finde, wenn du in Wolfsburg 117 Minuten lang 0 zu 0 spielst im DFB-Pokal bei einer Mannschaft, die noch kein Heimspiel in dieser Saison gewonnen hat als Borussia Dortmund, dann ist es ganz schwer nach einer Niederlage, wenn auch die letzten Titelhoffnungen in dieser Saison begraben sind, weil ich glaube, wir brauchen über Champions League nicht sprechen, dann zu sagen, das war ein Schritt nach vorne. Ich glaube, die Stimmung, die ist gerade so heftig am Tiefpunkt in Dortmund, dass es schwierig ist, da Erklärung für zu finden. Natürlich hat man trotzdem während des Spiels gehofft, dass man das Ding gewinnt. Ich wollte, oder wollten eigentlich alle nach Berlin nochmal, aber dann ist das jetzt so, muss man auch akzeptieren. Aber wenn es schwer ist, ja, drei Niederlagen hintereinander jetzt. Drei Auswärts-Niederlagen, ja. Ja, und ja, auswärts sind wir einfach nicht so gut, ne? Das hast du sehr schön formuliert, super. Aber ja, jetzt sind wir raus, du musst jetzt irgendwie zurückfinden, du musst irgendwie ein Spiel gewinnen und ich glaube, mit Leipzig kommt der beste Gegner dafür. Ja? Ja, im eigenen Stadion. Weil es gibt auch ganz viele Borussen, die sagen, oh Gott, jetzt kommt Leipzig. Jetzt, das Stadion muss brennen, das Stadion muss abgehen und gegen Leipzig geht es auch eigentlich ab und wenn du da in Führung gehst, durch Kampf, da kannst du dann, ja, endlich wieder zurückkommen und das hoffe ich auch. Und ja, aber wenn sie so spielen wie die letzten Spiele, dann wird es natürlich eng, aber du musst das Stadion auf jeden Fall langsam mitnehmen. Egal wie, du musst das Stadion mitnehmen. Lass uns das Ganze mal kurz von hinten aufwickeln. Wir haben uns letzte Woche getroffen und wir haben schon im Prinzip vorhergesagt, gegen Augsburg, das ist so ein Spiel, wo Borussia Dortmund gerne mal stolpert. Dann führen sie 1-0. Ja. Schönes Tor, Gerasi mal ein. Super gespielt. Ich weiß gar nicht, ob er den so treffen wollte, aber es sah am Ende sehr gut aus. Ja. Und dann gibst du das Ganze so aus der Hand beim FC Augsburg, eine Mannschaft, die aller Voraussicht nach am Ende um den Klassenerhalt kämpfen wird und das ist die nächste Auswärtsniederlage von Borussia Dortmund. Es gibt einfach gerade so wenig Hoffnungsschimmer beim BVB. Diese Mannschaft gegen Augsburg, blutleerer Auftritt, keine Ideen nach dem 1-0 mehr, kein Feuer drin, alles das, was wir letzte Woche schon angesprochen haben und dann passiert es wirklich die nächste Niederlage. Auf den Punkt gebracht? Bis jetzt eine scheiß Saison, fertig. Ja. Ja. Ja, oder? Ja, ja, Punkt, fertig. Aber die Saison ist noch lang. Ja. Der Fibokal ist natürlich raus jetzt, aber man muss ja nach vorne blicken, man kann nicht zurückblicken, man kann auch nicht immer alles. Natürlich muss man auch alles aufarbeiten und man kann auch sauer sein und so weiter, man kann auch die Meinung sagen, aber ich glaube, man sollte trotzdem nach vorne blicken jetzt und irgendwie in der Liga die Kurve kriegen, weil ich glaube, in der Schimmels League kommen wir weiter, da brauchst du nur noch ein, zwei Siege, aber wir müssen in der Liga die Kurve jetzt kriegen und ja, da müssen wir am Samstag mit anfangen, ansonsten wird es eine schwere Saison. Ich sage ja mal so, als Fan, ich jetzt, jetzt nicht, dass wieder eine Überschrift kommt von einem Bild oder so, ich bin aber Fan von diesem Verein, nicht verantwortlicher oder so, als Verantwortlicher und so weiter, ich bin ja auch trotzdem ein bisschen aktiv für BVB. Okay, natürlich soll man die Champions League schaffen, für den finanziellen und so weiter. Platz vier. Ja, aber als Fan, muss ich ehrlich sagen, würde ich sogar mal froh, wenn wir schön in die Euroleague kommen. Ja? Ja. Einfach die Reisen schön, andere Reisen, schön mal nach Finnland oder was auch immer, ne? Ja, und nach Tschechien und geile Touren machen. Also als Fan, würde ich, wäre ich jetzt, unter uns jetzt so, was heißt unter uns? Unter uns. Unter uns. Unter uns, Leute, wäre ich gar nicht, wäre ich gar nicht traurig. Ja, okay, verstehe. Mir ist das so, natürlich so, ich will, dass du in Brüssel auch mal am liebsten deutscher Meister wird, aber... Mal ganz kurz, du, das ist ja nicht nur, weil du jetzt Finnland sehen willst, sondern du gehst, glaube ich, auch von der Grundstimmung im Verein. Ne, ich will einfach so als Fan woanders hin, nicht mehr in der Madrid und sowas und einfach mal, vielleicht tut das auch einfach mal gut für alle. Geerdet zu werden. Ja, so im Film, ich meine, aber ich wäre gar niemals traurig darüber. Natürlich bin ich jetzt auch nicht zufrieden mit der Situation, aber also als Nichtverantwortlicher, als Fan, nicht, dass morgen wieder steht, ne, Großkreuz will, dass Dortmund nicht in die Chemie kommt oder irgendwann, ja. Kollegen, ich habe eine Aussage. Ja, aber als Fan, wenn ich jetzt so nur als Fan betrachte, wird mir das gar nichts ausmachen. Aber auch, weil du hoffst, dass das eventuell für so eine bereinigende Atmosphäre sorgt dann im Verein, dass die Ansprüche in Dortmund sinken? Ja, insgesamt als Borussia Dortmund und natürlich als Fan, wenn man immer reist, ich glaube, gibt es nochmal in der Euroleague geile, geile Touren. Conference League, also ich sage mal so, wenn Borussia Dortmund so weiterspielt, dann brauchen wir vielleicht nicht mal über Europa sprechen, also dann droht wirklich… Ah, jetzt abwarten. Ah ja, jetzt übertreibst du wieder. Ja, aber guck dir mal bitte die Saison. Ja, ich weiß es, aber irgendwann muss ich ja nochmal eine Serie starten und hoffe, am Samstag geht es los damit. Inwiefern tut dir das weh, wenn du, ich weiß noch zu Beginn, wir haben sehr positiv, wir waren so, es gab so eine Aufbruchstimmung unter den Bürosten und auch im Podcast, Nuri Sahin ist der neue Trainer. Inwiefern tut dir das auch weh, was du jetzt gerade siehst? Ich meine, du hast ja letzte Woche schon gesagt, er ist nicht in deinen Augen derjenige, bei dem man die Verantwortung suchen sollte, sondern da steht eine Elf auf dem Platz, wo dir das Feuer fehlt. Wie sehr tut dir das weh, wenn du jetzt die aktuelle Lage siehst? Nuri Sahin extrem in der Kritik, wenn du nach acht Spielen schon eine Jobgarantie aussprechen musst, dann weißt du auch, es läuft nicht rund. Beim BVB, wie beobachtest du diese Lage? Ja, als Freund tut es mir natürlich auch leid, weil ich weiß, wie das ist, wenn nach Niederlagen und so weiter und wenn alle auf dich draufhauen, wie schwer das auch als Mensch ist, damit überhaupt, damit muss man klarkommen. Ich hoffe, er schafft das auch, weil es nimmt schon einen mit. Ich glaube, ich weiß das am besten, wie das ist, wenn alle auf dich draufhauen und deswegen ist es schon schwierig und ich hoffe, er kommt einfach da raus und vor allen Dingen als Mensch bleibt er stark, hoffe ich. Was halt nicht stimmt, ist die Einstellung der Mannschaft und die Ergebnisse. Das ist gerade ein riesiges Problem bei Borussia Dortmund. Wir haben letzte Woche gesagt, es sind keine Borussen mehr auf dem Feld, aber einen habe ich gesehen in Augsburg. Marius Wolf. Was ist denn Borussen? Er hat das Trikot des FC Augsburg getragen, aber irgendwie hat er Borussia Dortmund verkörpert, oder? Findest du nicht? Ja, nicht? Keine Ahnung. Okay. Ich finde es ja nicht. Ja, ich finde Wolf war schon immer so. War ja auch auf der Südtribüne, ne? Bei seinem Abschied. Ja. Zusammen mit Martin. Ja, stimmt. Das ist natürlich nur als Scherz gemeint. Ja, ist ja okay. Bevor das hier falsch rauskommen. Ich weiß nicht, ob man jetzt einen Scherz machen kann. Kein Herr Weiß. Scherze verboten. Ja. Einzige positive im DFB-Pokal ist, was ist das Einzige, Gute? Das Einzige positive im DFB-Pokal? Worauf willst du jetzt hinaus? Ja, also nicht wegen Borussia, sondern so insgesamt. Der FC Schalke, willst du darauf anspielen? Nein, das ist mir egal. Das ist für die Wurst. Aber der FC ist weiter, das ist aber was. Und dann gucken wir Sonntag trotzdem die Auslosung, hoffen, dass der FC ein geiles Neues bekommt, dann reise ich da mit. Vielleicht für das Schalke gegen... Geht doch geil. Nein, 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 ich hatte mich gerade vertan. Okay, das heißt... Ja, aber dann, wenn der FC auswärts spielt, fahre ich mit. Du hoffst, dass du am Ende des Jahres nach Berlin fahren kannst? Mit dem FC. Mit dem FC. Wahnsinn. So schnell geht's, Leute. Nee, ich will mal ganz kurz eine Sache ansprechen. Leute, wir wissen, nicht immer mit früher vergleichen. Oh, oh. Ja. Was vergleichst du denn dann? Ich vergleiche jetzt die Philosophie von Borussia Dortmund, damals und heute. So, und als Jürgen Klopp damals kam, da haben alle gesagt, okay, wir sind ein Verein im Mittelmaß, haben die Borussen gesagt. Wir haben aber einige ganz gute Einzelspieler, wie Mladen Petric, Alex Frey, Kovac, Christian Wörns. Und dann kam Kloppo und alle haben gedacht, vielleicht macht er aus diesen Spielern. Was fällt dir da noch mehr raus? Und was er gemacht hat, war, die Individualisten rasieren. Petric raus, Frey raus, wo alle gedacht haben, hey, Moment mal, das sind doch die besten Spieler, die wir haben. Sofort rausgeschmissen. Nicht mehr gebraucht. Und dann ist er hingegangen und hat sich Leute gesucht wie dich, wie Neven Subotic, wie Lukas Piszczyk. Und hat es nicht nach individuellen Leistungen gegangen, sondern geguckt, wer passt am besten, wie so ein Puzzlestück in meine Mannschaft. Was dann kam, sind wahrscheinlich die schönsten Jahre der Vereinsgeschichte für alle BVB-Fans. Und wenn wir das mal mit heute vergleichen, seit zwei Jahren wird auf dem Transfermarkt nur noch geguckt, was ist ein guter Einzelspieler. Und dann guckt man sich an, okay, ich hole einen Anthony Modest, ich hole einen Niklas Füllkrug, ich hole einen Eden Hazard, äh, einen Torgan Hazard, ich hole einen Rami Benzebaini. Es wird nur noch geguckt, bei anderen Bundesliga-Vereinen, wen kann man noch kaufen. Und inzwischen kannst du eine Elf aufstellen bei Borussia Dortmund, die komplett Background in der Bundesliga schon hat, die schon mal bei anderen Bundesligaspielern gespielt haben. Also komplett das Gegenteil von der Philosophie, die damals so happy gemacht hat. Ja, nur noch Einzelspieler. Und jetzt hast du das Ergebnis, da stehen immer Strategen auf dem Feld. Julian Brandt, Maxi Bayer, Emre Can in der Verteidigung. Egal wo, alle haben woanders schon funktioniert, aber irgendwie passen sie als Mannschaft nicht zusammen. Irgendwas muss geändert werden und wie ich auch schon mal gesagt habe, es muss auch vielleicht mal knallen und man muss die Meinung sagen und so kann man, wie gesagt, nicht weiterspielen. Man muss anders auftreten, ganz einfach. Aber hältst du es für möglich, dass diese Mannschaft noch zusammenwächst zu einem Team? Also es wächst immer zusammen, wenn du Erfolg hast. Das muss man auch mal sagen. Wenn man erfolgreich ist, dann läuft das von alleine. Ja, dann bist du automatisch ein Team. Du musst, glaube ich, mal zwei, drei Spiele hintereinander jetzt gewinnen, dass es so ein bisschen läuft. Und ja, und dann hoffe ich einfach, dass sie dann so einen Lauf haben. Aber bis dahin müssen sie da, müssen sie irgendwie rauskommen. Und ja, keine Ahnung wie. Ich weiß nicht, ich bin so weit weg da, was deine Kabine und so weiter los ist, aber irgendwas müssen sie ja unternehmen, die Mannschaft. Ich glaube übrigens, Gregor Kobelkewin hat unseren Podcast gehört. Wenn ich die Bilder gesehen habe, hast du das gesehen nach dem Wolfsburg-Spiel? Ja, hab ich. Er hatte, Leute, er hatte die Fußballschuhe in der Hand und hat sie völlig gegen die Bank gepfeffert mit einem richtig sauren Blick, so richtig so ein emotionaler Schrei und da dachte ich mir, ah ja. Glaubst du, er hat gehört oder ist das wirklich aus ihm herausgekommen? Ist aus ihm herausgekommen, schätze ich jetzt mal. Ist das das Signal? Ja, auf jeden Fall ist schon mal einer, der sich richtig ärgert, mit Emotionen dabei ist und das ist auch wichtig. Da ist auch so einer, der immer Leistung bringt, der vorangeht, glaube ich auch, der Kobel. Oder? Ja, definitiv. Weil du so guckst. Nee, nee, ich gucke gerade schon, wie wir weitermachen. Okay, alles. Aber ich höre dir zu. Ja, und überragender Torwart. Ja, und ist doch klar, wenn du jedes Mal als Torwart einen reinkriegst oder mehrere, dann bist du ja richtig sauer. Ja. Und du weißt ja als Torwart, es gibt viele verrückte Torhüter. An wen denkst du gerade? An Roman zum Beispiel. Der ist öfter mal durchgedreht, aber das sind ja immer so die Torhüter. Deswegen, Emotionen müssen raus und das ist besser, als wenn man das alles so hinnimmt. Und eine Sache möchte ich noch kurz sagen. Musst du auch nichts zu sagen, weil sonst ist es wieder Schlagzeile. Die Rolle von Matthias Sammer. Der hat ja nach diesem Madrid-Spiel ein Interview gegeben, wo viele sich gefragt haben, was hat der da jetzt gerade? Hä? Äh, was? Ich verstehe nicht, was er sagen will. Das war so ein bisschen kryptisch. Hat dann gesagt, ich bin Deutscher, aber ich hasse es zu verlieren. Worauf willst du hinaus? Haben sich viele gefragt. Und dann hat er halt offen am Mikrofon von Prime gesagt, was alles nicht passt beim BVB. Und da frage ich mich immer, hä? Aber du bist doch der Berater des Ganzen. Warum läuft das denn nicht? Obwohl du jetzt seit, ich weiß nicht wie lange schon, da Einfluss nehmen sollst und noch dafür bezahlt wirst, Einfluss zu nehmen. Und ich frage mich immer, welche Rolle spielt Matthias Sammer jetzt gerade eigentlich wirklich? Weil das hat so ein bisschen gewirkt, wie so ein Lehrer, der nach Ablauf des Schuljahres gesagt hat, boah, meine Klasse, die kann ja wirklich gar nichts. Aber du bist doch derjenige, der eigentlich dafür sorgen sollte, dass es läuft. Naja. Ja, ich hab das hinter mir nicht gehört. Du hast es nicht hinter mir nicht gehört. Okay. Du, das machst du dir immer sehr. Ja, hab ich auch nicht. Nein, ich sag ja, du musst, Kevin musst dazu nichts sagen. Die Leute verstehen das auch, wenn du dazu nichts sagst. Weil wir wissen ja, was passiert. Letzte Woche waren wir wieder Schlagzeile, ne? Du bist auf die Mannschaft losgegangen. Ja, okay. War nur klein. Ja, und ich alles immer abkriege. Ich darf gar nichts sagen. Freunde, wir haben eine neue Rubrik in unserem Podcast und wir dürfen vorstellen einen neuen Partner. Und deswegen markiere ich das Ganze jetzt mal hier kurz als Werbung-Leute. Werbung-Leute. Deswegen trinken wir uns jetzt ein. Deswegen trinken wir uns jetzt ein Bierchen. Nee. Brinkhoffs ist neuer Partner unseres Podcasts. Wir freuen uns sehr. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Und wir führen gemeinsam mit Brinkhoffs eine neue Rubrik ein. Und die nennt sich die Brinkhoffs-Frage der Woche. Und Kevin, hast du schon Angst vor der Frage der Woche? Ja. Wir sehen in der Bundesliga gerade Vereine wiedererstarken. Wie Eintracht Frankfurt. Die herausragende Arbeit auf dem Transfermarkt leisten. Wie der VfB Stuttgart, der letzte Saison Vizemeister wurde und mit Sebastian Hoeneß einen unfassbar guten Trainer an der Seitenlinie hat. Wir sehen RB Leipzig, die beste Defensive der Liga stellen und wieder um die Meisterschaft mitkämpfen. Bayern 04 Leverkusen, brauchen wir nicht drüber reden. Letztes Jahr Meister, Pokalsieger und Bayern München. Schafft es der BVB die Rolle als Nummer zwei in Deutschland, die sie über Jahre gefestigt hatten, zurückzuerobern? Und wenn du überlegst, gerade, und kannst gleich antworten, für euch schon mal, schreibt gerne drunter, was ihr darüber denkt, hat der BVB Platz zwei verloren? Und wenn ja, gelingt es ihnen zurückzukommen? Oder ist es wirklich jetzt so, dass der BVB vielleicht noch Nummer vier bis fünf in Deutschland ist? Gute Frage. Ja. Mach dir das ein bisschen Sorge, wenn du auf die anderen Plätze guckst? Stuttgart, Frankfurt. Ja, die leisten alle eine überragende Arbeit und die haben aufgeholt, würde ich sagen. Ja. Das auf jeden Fall. Es kommt auf die nächsten Wochen, glaube ich, an, ob wir es schaffen oder nicht. Mach dir ein bisschen Sorge, dass du auch auf längere Zeit die Rolle als Leuchtturm in der Bundesliga verlierst. Ist schwierig. Die Frage ist ja auch, erstmal müssen die anderen das auch weiter bestätigen, wie Frankfurt, Stuttgart und so weiter. Wie gesagt, ist auch noch lang. Aber Bayern und Leipzig werden, glaube ich, um die Meisterschaft spielen. Leider dein Verein. Aber ich hoffe natürlich, dass dann natürlich Bayern deutscher meistens nicht dein Verein. Wenn Kloppo das hört. Ja, krass, Leute. Gerne drunter schreiben. Es wird eng. Werbung Ende. Der BVB lebt gerade in dieser Krise extrem gefährlich, wenn wir uns angucken, was sie aktuell auf dem Transfermarkt machen. Ich weiß ja gar nicht, wie viele haben die Rückstand auf Leipzig jetzt gerade aktuell? Dortmund, ich glaube sieben Punkte. Ich check kurz. Tabelle 13 auf 20, sieben Punkte. Wenn Leipzig gewinnt, sind es zehn Punkte. Wenn sie gewinnt, Dortmund gewinnt, sind es vier. So. Ja, so. Ja, geht schnell, ja. Aber jetzt muss man auch mal sagen, gewinnt Leipzig am Samstag, dann zehn Punkte. Tschüss. Kannst du schon wieder vergessen. Ich glaube, in dieser Saison, wo der BVB Fastmeister wurde, wo dieses eine Tor gefehlt hat, hat Dortmund ja zehn Punkte auf die Bayern aufgeholt. Aber es gibt halt wirklich aktuell nichts. Aber wir spielen auch leider noch gegen Bayern, Leverkusen. Das ist das Nächste. Borussia Dortmund spielt noch gegen Leipzig, Bayern, Leverkusen. Ja, es wird eine schwierige Hinrunde erstmal, sag ich mal. Warm anziehen, liebe Borussen, für dieses Jahr. Viele sagen, Haken schon dran an die Saison, bist raus aus dem DFB-Pokal, Thema durch. Naja, Kevin, ich finde, du hast dich gut geschlagen jetzt hier. Es ist für die Leute, die müssen auch verstehen, für Kevin ist das nicht leicht, jetzt hier über den BVB zu reden, in einer Phase, wo es einfach wirklich miserabel läuft. Ich finde, du hast das bisher gut gemacht. Und jetzt kommen wir zu Themen, wo du dich, glaube ich, wo du dich wohler fühlst. Was kommt denn jetzt? Pass auf. Ein großes Thema bei mir auf dem Zettel ist Mats Hummels. Eigentor, ne? Lange, lange hat er auf sein Debüt gewartet und da muss ich jetzt mal ganz kurz sagen, was ist eigentlich los mit der Roma? Mats Hummels wechselt da hin, als ein Spieler, der in den letzten beiden Champions League Halbfinals jeweils der Mann des Spiels war. Wechselt da hin, gut, er macht die Vorbereitung nicht mit, geschenkt, er muss ja ein bisschen reinkommen. So, und dann redet ganz Europa darüber, Hummels spielt nicht. Er sammelt keine einzige Sekunde und dann wirft er ihn aufs Feld gegen Florenz beim Stande von 1 zu 4. Was ist das? War nicht 1 zu 3 und dann erst 1 zu 4 gemacht? Nee, er hat das 1 zu 5 gemacht. 1 zu 5 war nicht. Was ist das? Was soll das? Das ist ja ein bisschen was von Demütigung. Dann lass ihn da auch draußen, dann stellen wir das nächste Mal auf, oder? Ja, als Verteidiger musst du ihn da nicht bringen, glaube ich. Ja, oder? Ja, wenn er ein Stürmer wäre, dann ist ja klar, dann bringst du ihn nochmal, aber ja, ich weiß nicht, was die da machen in Italien. Hast du so ein bisschen mit ihm mitgelitten, als du dann gesehen hast, dass er dann auch noch so ein ärgerliches Eigentum macht? Ja, aber ja, nur das 5-1. Das wäre 0-0 und er macht das 1-0 für den Gegner. Ja, ich glaube damit, Mats kriegt das schon hin, der ist schon stark und ja, ich hoffe, dass er endlich mal irgendwann richtig spielt. Und nicht da so einfach reingeworfen wird, sondern von Anfang an und zeigen kann, was er drauf hat. Ja, der Roma muss es ja eigentlich relativ gut gehen, wenn sie diesen Spieler regelmäßig draußen lassen können. Aber sieht doch, glaube ich, gar nicht so gut aus. Nee, eben. Dann guckst du dir an, sind in der Tabelle, glaube ich, Elfter in der Serie. Super, läuft doch. Super, läuft doch. Es wird Zeit für Mats Hummels. Wir haben viele Rückmeldungen bekommen auf die letzte Folge, Leute. Vielen Dank dafür. Und Kevin, es ist einigen unserer Zuschauerinnen und Zuschauer sind dir ein paar Dinge aufgefallen bei dir in der Bude. Was denn jetzt wieder? Punkt 1. Diese Lampe. Das ist extra so. Die hängt ein bisschen tiefer als die anderen. Ja, das ist... Ja, muss alles gerade sein? Nee, das ist dein Style-Element. Ja, also jeder lebt anders. Ja, als das angebracht wurde, hast du gesagt, bitte jeder. Weil ich das schön finde. Ja, ein Kollege bestimmt, der hat das gemacht, der war noch ein bisschen angeschlagen vom Vortrag. So, Punkt 2. Da bin ich jetzt gespannt, was du sagst. Hinten im Hintergrund bei dir, das ist jetzt weg, aber da standen letzte Woche zwei Dosen. Und alle haben gesagt, Moment mal, trinkt Kevin Red Bull. Nee, nee. Waren das Red Bull-Dosen? Nein. Bist du sicher? Ja. Weil ich hab dich immer verteidigt. Ich hab gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass das Red Bull-Dosen waren. Das waren keine Red Bull-Dosen. Nee, ne? Nein, ich trink keine Red Bull, ja. So. Also, das waren so blaue Dosen. Ich kann's dir mal zeigen, wenn du willst. Zeig mal. Das waren Fanta-Dosen von meinen Kindern. Ja? Ja. Okay. Hab ich sogar noch. Hier, wartet. Ja, okay. Wartet, da ist noch eine. Warte. Ja, ich bin gespannt. Sag mal, sind das so blaue? Ja, genau, die waren das. Okay, okay. Werbung für Fanta. So. Ist kein Red Bull. Ich trinke hier kein Red Bull. Mein Gott. So, okay. Da hätten wir das Thema, glaube ich, geklärt, Leute. Klarheit geschaffen. Vielleicht hat die einen Freund hier vergessen oder so, dachte ich. Mach ich nicht sowas. Okay. Und dann letzte Sache, wie jetzt auch relativ häufig kommt, seitdem wir das so ganz auf YouTube auch ausstrahlen. Ja. Ja, mein Gott, das ist doch nicht so schlimm. Lass den Teppich doch, wie er ist, ey. Ich hab gerade dann Bock, den Tisch wieder hochzuheben, dann wieder den Teppich. Ich kann dir mal helfen. Nein. Bleib so. Lass den den so. Wir ziehen das dieses Jahr durch. Wir ziehen das dieses Jahr durch. Diese Saison. Ja, müssen wir. Ja. Weil wir können ja jetzt nicht alles ändern hier. Nee, das stimmt. Ist schon klasse so. Ist schon gut. Nein, nein. Finde ich auch gut. Ich finde es gut. Noch was? Habt ihr noch was? Noch? Noch mal hier. Sollen wir noch durch? Einen anderen Zeit? Gefallen euch die Gardinen? Stimmt irgendwas nicht gesagt? Bescheid. Ändern wir alles hier. Kevin, Amateurfußball. Müssen wir noch kurz auflösen. Wie läuft es bei dir? Was macht der Fuß? Was macht die Szene? Kannst du wieder spielen? Hast du getroffen? Ich hab zwei Spiele jetzt hintereinander gemacht. Oh, und? Läuft wieder. Ja, Sonntag habe ich gespielt in Erntebrück. Und? 2-1 gewonnen. Schmerztablette, oder? Mit zwei E-Boss habe ich gespielt. Zwei Achthunderter. Boah, zwei Achthunderter E-Boss. Mein Fuß so, danach war wieder ein bisschen, aber was viel schlimmer ist, mein Körper. Oberschenkel, beide ziehen hinten, vorne. Tut immer noch, heute sogar noch weh. Ja. Muss ein bisschen gucken beim Training, ein bisschen mit Auge. Ja. Dass ich Sonntag wieder spielen kann, weil man merkt das schon. Alles tut weh. Weil die Kraft draus ist. Ja, ja, alles tut weh. Und der Fuß auch noch ein bisschen. Aber ich muss beißen. Du musst beißen, Kevin. Ich muss nochmal gewinnen am Sonntag. Nicht ganz alleine. Und vor allem darfst du kein Tor machen. Ich muss kurz eine Sache erzählen. Ja, pass auf. Du hast eine Vorlage gegeben. Habe ich schon gehört. Aber mein Traumpass. Nee. Ich habe auch einen Traumpass. Ich habe auch einen Traumpass zum 1-1 gegeben. Wirklich? Ja, es schippt mal und der spielt quer, aber überragender Ball natürlich. Das ist doch ganz gut. Das heißt, du hast keine Vorlage. Nein, Mann, aber ich habe das eingeleitet. Sonst wäre das gar nicht zustande gekommen. Aber dein Pass, du sollst ausgerutscht sein dabei. Das nennt sich übrigens nicht Vorlage, was du gemacht hast. Du hast es eingeleitet. Second Assist nennt sich das. Ja, aber traumhaft. Das Problem ist bei mir. Leute, ich bin reingekommen. Wir haben im Stande von 2 zu 0. Und jetzt habe ich eine Regelfrage an euch alle. Könnt alle mitmachen. Regelfrage und auch an dich. Ich komme rein. 70. Minute, 71. Minute. Ich natürlich Balleroberung mit meiner Robustheit. Mit meinem Körper. Zack, Ball. Dein Bauch, ne? Mit meinem Bauch. Kurzer Blick nach vorne. Ich sehe, wie unser Stürmer durchstartet. Und dann natürlich gestreichelt. Ja, wie denn? Innenseite, Außenriss. Innenseite, Innenseite, in den Lauf. Über den letzten Mann des Gegners drüber. Kein Abseits. Gute Ballannahme von unserem Stürmer. Und er gibt Tempo. Völlig frei und völlig alleine rennt er aufs Tor zu. Ich stand da schon so. Habe gejubelt, bevor er das Ding reinmacht. Dann schießt er den Torwart an. Der Torwart pariert. Der Ball kommt zurück. Und dann macht er ihn rein. Kein Assist, ne? Ist es ein Assist? Leute, ich habe nachgefragt. Ich habe angerufen. Pass auf. Ich habe einen Kollegen von der DFL, Datendienstleister, angerufen. Und? Das sind diejenigen, die alles auf dem Kasten haben. Ich glaube, es ist. Nein. Nein? Nein. Ich habe jetzt eine Torschussvorlage. Torschussvorlage. Das heißt, ich habe einen Torschuss vorbereitet, aber kein Tor. Weil der Torwart hat pariert. Dann ist neue Situation. Es ist kein Assist. Offiziell. Also das ist wie bei mir. Hast du eingeleitet? Ich habe es eingeleitet. Ja, also so wie ich. 1-1. So. Und ich dachte, ich habe einen Assisten. Ne, hast du gar nicht. Das ist der, Alter. Unser Stürmer. Du feiert er dich dafür, ey. Unser Stürmer vergibt die tausendprozentige. Danke an den Stürmer. So. Danke. Und dann noch eine Geschichte. Was denn noch? Alle warten ja immer, dass ich endlich treffe. Auch du. Naja. Passiert ja nicht. Eine Szene muss ich erzählen. Das war richtig so. Das war wirklich Sunday League. Langer Ball aus dem Halbfeld. Ich sehe, der kommt gut. Der kommt gut. Ich ungefähr 16 Meter Raum im Eck. Und dann gibt es ja so den Moment, du hast so ein, zwei Sekunden zu überlegen. Und ich wusste direkt, den nehme ich Volley. Den nehme ich Volley. Und in meinem Kopf ist er schon eingeschlagen im Winkel. Irgendwo. Ich wusste, ich zimmer jetzt drauf. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich knall den bis nach Lünen oder Hals in Giebel. Ja. Und? Es war die dritte Möglichkeit. Eckfahne. Ich habe ihn nicht getroffen. Achso. Alter. Ich habe ein Luftloch geschlagen aus der Hölle. Ich habe mir fast die Leiste ausgerenkt bei dem Ding, aber den Ball habe ich nicht getroffen. Der ist einfach eben außen ins Aus gehoppelt. Wahrscheinlich, dass das keiner aufgenommen hat. Das würde Kevin jetzt gefallen. Aber du merkst, ich nähe mich an. Ja, aber jetzt bist du Sonntag nicht da, ne? Doch. Nee, Sonntag bin ich da. Oh, oh. Sonntag. Gegen den Spielt ihr denn? Sonntag greife ich an gegen Landstrop. Ja. Spitzenspiel. Libero. Spitzenspiel, Leute. Die haben guten Libero. Die haben guten Libero. Guten Libero. Weißt du das? Nein. Die haben gut trainiert die Woche. Der Sechse ist gut. Nee, so sieht es aus. Das ist der... Zu Hause? Nee, in Landstrop. Ja, in Landstrop. Landstroperei. Ein Wahrzeichen von Dortmund. Wir spielen zu Hause gegen Halles Weekende. Warte. 15 Uhr kannst du ja vorbeikommen. Nee, spiele ich selber. Okay. Du warst immer noch nicht bei uns. Ja, kommt doch noch. Das machen wir. Wenn du nicht im Kader bist. Das machen wir ohne Scheiß. Aber wenn du kommst, Kevin, machen wir einen großen Aufruf hier im Podcast. Alle kommen rum. Alle kommen rum. Alle kommen rum und gucken ein Heimspiel von Viktoria Kirchderne. Ja, da bin ich mal gespannt. Und dann gibt es natürlich auch lecker Bratwurst. Ja. Und noch was? Selbstverständlich. Vielleicht kriegst du noch eine Apfelschorle dahingestellt. Das überlege ich mir noch. Dann komm nicht. Ich habe alles tatsächlich... Würde ich jetzt noch einen kleinen Ausblick machen auf den nächsten Gegner von Borussia Dortmund. Haben wir ja schon. Haben wir schon. Leipzig haben wir schon. Was noch interessant wird, die Blauen morgen. Der FC Schalke 04. Ja, gegen Ulm. Lass uns noch über Schalke sprechen. Schalke morgen in Ulm. Werbung, Leute. Es ist eine völlig verkorkste Hinrunde bei Borussia Dortmund. Gerade auswärts läuft überhaupt nichts. Pokal aus. Champions League-Debakel. Und in der Bundesliga immer wieder weit, weit hinter den Erwartungen. Nuri Sahin steht in der Kritik. Die Spieler sowieso. Und in solchen Zeiten gibt es eine ganze Menge zu berichten. Und da wisst ihr alle, die Ruhrnachrichten sind ganz nah dran. Und immer wenn es was Neues gibt, erfahrt ihr es da sofort und ohne Umwege. Und das Beste, mit unserem Podcast-Abo bekommt ihr das Ganze vier Wochen lang für einen Euro. Der wäre also bestens investiert. Leute, probiert es einfach aus. www.rn.de Steht extra für euch in den Shownotes. Viel Spaß jedem, der es sich gönnt. Werbung Ende. Wie beobachtest du den FC Schalke in dieser Saison? Du hast vor der Saison mal gesagt, die werden ja nicht absteigen. O-Ton. Die werden ja nicht absteigen. Hast du ihr so im Podcast gesagt? Jetzt guckst du dir den FC Schalke an. Findet da bei dir eine gewisse Neubewertung statt? Die haben acht Punkte. Und der Ulm auch. Ich meine, beide haben acht Punkte und jetzt spielen sie gegeneinander. Also wenn sie das nicht gewinnen, aber die können ja nicht wieder den Trainer einlassen. Das geht ja nicht. Pass auf, Schalke Platz 15, acht Punkte. Ulm Platz 14, acht Punkte. Braunschweig Platz 16, acht Punkte. Also es ist so unfassbar eng. Münster noch mit einem Punkt dahinter. Beim FC Schalke läuft gar nichts. Und jetzt ist tatsächlich dieser Van Wonderen, der Trainer, der jetzt seit ein paar Wochen an der Seitenlinie ist, schon wieder in der Kritik. Aber den können sie ja nicht entlassen. Ich weiß nicht wieder, wie viele Trainer haben die schon. Das geht ja nicht, oder? Wenn müssen sie mal so einen holen wie Felix Magath oder so. So einen Schleifer oder so ein Älter. Dann können sie ja nicht immer einen aus Holland, Belgien oder was auch immer holen, sondern dann müssen sie auch immer einen holen. Der die alten Trainingsmethoden. Muss ja mal irgendwas dann anders gemacht werden. So einen Hügel haben sie da doch schon in den Gegenden. Ja, haben sie. Als Spieler würde ich mich jetzt nicht freuen, natürlich. Aber eigentlich musst du ja mal… Oder kannst du sogar holen Peter Neuruber einfach. Ja, aber irgendwann… Glaubst du, das klappt noch? Ja, aber du musst ja mal so eine alte Schule holen, oder? Weil jetzt haben sie immer probiert mit dem, mit dem, mit dem. Wie viele Trainer haben die in den letzten zehn Jahren verhauen? Boah, 15? Ich weiß es nicht. Ja, das stimmt. Aber hältst du wirklich die Trainingsmethoden von Felix Magath noch für erfolgsversprechend? Beziehungsweise würdest du als Spieler… Ich würde nicht mehr kommen. Du würdest die ganze Zeit sagen, ich habe Schmerzen am Fuß. Ich komme nicht mehr. Nein, aber ist das noch was, wo man als junger Spieler sagt… Vielleicht hat er sich ja auch ein bisschen mit… Ja, ein bisschen geändert auch, ne? Okay. Also darf ich das jetzt hier als die Forderung von Kevin Großkreutz verbuchen, Felix Magath muss zum FC Schalke 04? Ich habe nicht nur gesagt, nur Felix Magath, aber irgendeinen Älteren, der Erfahrung hat, der die Mannschaft mal ein bisschen… Das ist ja wie woanders, das kann ja nicht immer… 15 Trainer sind weg, irgendwann muss man auch mal sagen, die Mannschaft ist schlecht. Ja, oder? Ja, irgendwann der Kader ist… Irgendwas stimmt, da musst du doch mal irgendwas ändern, da musst du auch vielleicht mal… Die haben ja viele Jüngere, glaube ich, auch jetzt. Vielleicht brauchst du immer einen älteren Trainer, der die scheucht, die… Irgendwas muss ja dann mal ändern. Und da muss ja dann mal ein Trainer kommen, der andere Methoden anwendet. Es sind auf jeden Fall ganz, ganz harte Zeiten im Rupport, sowohl bei Borussia Dortmund, als auch beim VfL Bochum. Bochum steigt ab. Bochum steigt ab, Schalke eventuell in die Drittklassigkeit. Absteigen tun die aber nicht, ey, da sind noch andere Vereine. Und Borussia Dortmund in der großen Krise. Ja, was machst du, was ist dein Plan für die Woche? Ich werde morgen ins Kino gehen, schön, mit meinen Kindern. Sehr schön. Welcher Film? Was essen gehen? Darfst du in Fünfer machen? Nein, schauen wir noch. Gladiator. Und dann werde ich Samstag mit den Kindern BVB schauen, natürlich. Im Stadion? Das weiß ich noch gar nicht. Überlegst du dir noch? Ja, und dann werde ich Sonntag ein Hattrick erzielen, gewinnen. Sehr gut. Und dann war es das schon wieder. Vielleicht ist Kloppo hier im Stadion. Meinst du? Nee, meine ich nicht, aber wenn? Glaube ich nicht. Wird es Spruchbänder geben? Kurz zum Abschluss. Was sagst du? Ich sage ja. Ich sage auch ja. Auch wenn alle gerade andere Probleme haben, dieses Thema. Glaube ich auch. Ja, gut. Kevin, Leute, danke fürs Einschalten. Bis nächste Woche. Ciao. Tschüss. Ciao. Viertelstunde Fußball, der Podcast mit Kevin Großkreuz und Korniküpper. Euer wöchentlicher Audiosnack für Zwischendurch.